Aber wann hätt ich denn... Ich war doch mit Terse auf Madness genannt Ich war Zeitbreaker, ich hab mich selbst gewohnt Ich war Zeitbreaker, ich hab mich selbst gewohnt Ich verkack's Ich verkack's, ich seh ich schon Oh no, Basu hat mir gerade Hat mir gerade ein Schild gegeben, ich will sie dafür nicht killen Terse würde ich nicht killen Jeff war auch recht ruhig, ich weiß aber nicht ob der immer früh tot war Haben wir nicht tot genug Ja Oh no Wir haben Warlock und... Wir haben Warlock und Witch Oh ha Oh mein Gott Wir haben entweder Warlock oder Han war Vampir Und das ist wahrscheinlich unwahrscheinlich Wahrscheinlich unwahrscheinlich Ja Also war das um Warlock kill Also an mir stand niemand lang genug dran Maybe vielleicht Smeggy, aber ich glaube nicht lang genug Ich hab nen Namen gehört Ach nee Schon wieder Nein Nein, 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 nein Ja, aber du darfst das denken Aber nicht meinen Namen sagen Ja, entschuldigung, Smeggy war's nicht Auch nicht, denn Ich vermute Okay, ich vermute Okay, ich vermute Smeggy war's nicht, weil du weißt Der Mensch nimmt das ja trotzdem Zweimal Smeggy von verschiedenen Leuten Oh, nee Guck mal, wenn wir einen Good Guesser haben Bitte, guess auf mich Äh Dings Witch Nein, nein, nein Nicht Warlock Nicht Warlock Nicht Warlock Also ich hätte für beide Kills jetzt erstmal einfach feine Katze rausgenommen Yay Sag Uri, bist du dir sicher? Kann der Uri auch ausnehmen Ich bin mir richtig sicher Ja, ich nehm die beiden auch raus Ähm, Olli liegt übrigens, also Han liegt im Gang von Lab Der ist auch ständig ausgerutscht und gestorben Mittendrin oder am Ende des Ganges? Mittendrin Wir hatten da auch gewischt schon wieder Das war so wieder so rutschig Hast du Haaren weggeräumt, als du angelaufen kamst? Smeggy nicht ein-Vote, wie fühlt man sich? Ach, du hast da Kohli geswischt Ja, das zählt nicht Holt die Rache Äh, okay, die beiden können schon mal ein Nicht-Swapper sein Das, ja, obviously einer von den beiden ist Velesk Aber auf jeden Fall ist Vivi nicht Swapper Ich könnte jetzt hingehen und auch gucken, wer das Licht mit mir fixt Aber es kommt keiner Ich muss das mal beobachten Tersten kommt hier hin Würden Tersten und Shelley eher rausnehmen als Swapper Sorry, Vaso Wow, das war Stellt euch vor, wie ich ganz laut Smeggy rufe Und richtig sauer bin Aber ich kann das nicht so laut rufen, weil sonst hört das Vlesk Ich hab Vaso im Lab gefunden und ich beschuldige dafür Smeggy Warum tust du das? Nice and safe vote Ne, also ich hab Vaso tatsächlich gesehen vor ca. 8 oder 10 Sekunden Ähm, sie war oben an der Telestokop-Tast Dann bin ich in die Decon und bin jetzt unten Und sortiere Ich war tot, weil Aber das ist schon Ewigkeiten her Also ich bin auf jeden Fall raus Und dann war ich noch ganz links auch Und ja, ich war Ich kann schnell laufen Weißt du Mhm Ja Ist das eine neue Rolle? Der Speedrunner Der Speedrunner Die du kriegst für deine Speed-XP-Runden Genau Der hat gar keine Rauchmaschine hier So eine Nebelmaschine Das ist ein Staubsauger Weil der so viel Speed hat Dass der Spur hinter ihm brennt Und dann musst du ja den ganzen Rauch einsaugen Damit die Stadt nicht voller Smog ist So kann man es auch sehen, ja Bin ich gewarnt Aber wenn ich raus bin für eine Witch Ich weiß aber nicht Na, das sagst du Dann bleib doch mit Vleske Mit euch oder nicht Hä? Nein, ich hab diesen Kinn nicht gemacht Keine Ahnung Ja, ich wollte jetzt Maggie raus Ja, hör auf damit Ja, ist doch eindeutig Was soll man noch diskutieren Ja, aber wenn Vivi mich oder Vleske callt hat Und ich falle raus Dann Bleib doch mit Vleske Bitte skipt, sonst flieg ich Ja, du fliegst Oha Ich hab dich gerettet, Smeggy Okay, nee Kuss, Kuss Wann hätt ich denn Ich war doch mit Oh Ich war Zeitbreaker Ich hab mich selbst gewohnt Oh nee Also das Ding ist Warum kann Sakuri Rausgenommen werden von zwei Leuten Das ist die Frage Sie geht grad unten rein Sakuri hat auch einen übeln Sass Auf Auflässt Deshalb kill ich sie nicht Autsch Fünf Sub Gifts Wer auch immer Terstum gebracht hat Schwein Mieses Schwein Mieses Schwein Mieses Schwein Also wie gesagt Katze war ja falsch Und Smeggy ist wie gesagt nur ein Killer Und Ich war auch unter Elektrik Und Flest und Smeggy Smeggy steht vorm Button Flest hat jetzt Tersten Weapons gekillt Ich hab nicht Terst Ich du Was Ich bin doch kein mieses Schwein Naja, du hast Letzte Runde ihn als erstes gekillt Nachdem du gesagt hast Du Bitte Tersten nicht kill Nein Ich hab den kill nicht gemacht Guck mal Vivi hätte bestätigen können Dass ich der Swapper bin Weil ich die Lichter nicht fixen konnte Aber aus Versehen dahin gelaufen bin Wegen der Schlüsseltask Ja, an der fünfzehn Leute standen Dann entscheidet euch mal Wen ihr jetzt voten wollt Smeggy mach mal Security Guard auf Shelly Komm Nein Mach nicht Was macht denn Aha Das ist lol Smeggy Das war falsch Ich wollte der Hack auf Death machen Was? Ich war Tracker ganze Zeit Warst du Tracker Oder hast du Tracker gespielt? Also Items Was mich enttäuscht Ich glaub Also doch Tracker Ich hab so gesagt Ich kann Smeggy das nicht antun Ich sass den die ganze Zeit mit rein Jetzt vote ich mich selber Und dann merk ich so scheiß Ich bin tiebreaker Und es steht 2 in 2 Das war richtig gut Das ist schon richtig gut Das war echt gut